Ähm... Ja... Intro... Lama Squad! Ich hab noch nicht angefangen aufzunehmen und du sagst, okay Leute, was geht. Ja, von mir aus kannst du jetzt starten. Ja, okay, mach. Ja, ist es doch schon. So, na moin Leute. Willkommen, Freddy und ich sind, wie ihr seht, in einem neuen Spiel, von Lockout City. Was unschwer ein... Also Freddy und ich feiern das Game Ultra. Wie fühlt ihr das gerade denn? Nein! Alter, wer so... Ich will mich hier nicht in der Base gegen dich bekriegen, ich will in ein normales Game. Hallo! Ich catch ihn doch! Hahahaha! Ahja! Geh weg mit deinem Ball, Alter! Hahahaha! Okay, komm, spielen, Stasenspiele und 3 gegen 3. Here we go! Ja, ich hab noch runtergeschmissen! Nexus wollte unbedingt eine An-Mod machen. Ja, mach du noch eine, wenn du es nicht gut findest. Nexus wollte unbedingt die An-Mod machen und sowas, ja. Wir haben das Game schon ein bisschen gespielt, also ich schon länger wie Nexus, ich hab mir auch die Deluxe Edition geholt. Ähm, und nein, ich habe nicht das Outfit der Deluxe Edition an. Falls ich das jetzt einige frage. Ja, er hat das Deluxe-Outfit einzeln immer ausgetauscht. Mhm, gegen Outfit's, die ich nice finde. Der Mondball, nice. Knockout City ist quasi so eine Art Völkerball mit verschiedenen Arten von Bällen. Ich kann zum Beispiel auch... Ich kann Nexus werfen und der wird zum mega krassen Ultraball. Ich kann einen Mond... Ich kann einen Mondball werfen, der mir Schwerelosigkeit gibt. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier den Nexus, den ich jetzt gleich... Den ich jetzt hier aufladen kann und, äh, werfen kann. So, der natürlich normale Dodgeball, den gibt es auch. So, mit dem Mondball, wie ihr seht, habe ich eine... Höhere Schwerkraft und kann quasi so eine Art fliegen. Es gibt den Sniperball, damit... Ja, der ist halt eigentlich gefühlt unmöglich zu catchen, es geht. Aber der ist halt extrem schnell, es gibt Multiball, es gibt einen Cageball, Cageball und alles. Wir haben es schon getestet, den zwei vorbei zu testen. Wir haben es jeweils einmal hingekriegt. Wenn der Pfeu aufgeladen ist, aber... Ja... Im Endeffekt. Wer das hinkriegt, konstant... Ja, und dann gibt es diese Leute, Leute, die einfach zu zweit in dich reingehen. Nichts ist entschieden. Du Hure, Sohn! So, aber jetzt hat mir voll mein Fett, mein Kill geklappt. Ja! Er kommt mit drei Gegner, er kommt mit zwei Gegner und tut mir und klaut mir mein Kill! Was ein dummer Bastard! Geht! Ja, G! Gefühlt gehen alle drei Gegner gleichzeitig auf dich, damit die denken, sie sein krasse und ne Chance haben! Es ist so, der eine tackle dich weg, der andere, ich werde die so, ich würde, schade, dass wenn die Runde vorbei ist, nicht in jeden Fall online ist, dass du die Gegner trash-talken kannst. Möchte ich werfen? Oh. Habe ich wieder eingekillt mit dir? Ich bin deine tötigste Waffe. Ja, aber es ist tatsächlich, nur wenn dann von hinten noch einer kommt, ja, dann ist es auch bei mir vorbei. Hallo! Bruh. Bruh, sie gehen zu sieb, sie gehen zu sieb auf mich. Komm kurz zur 3G. Ich habe mal gerade zwei Leute geholt. Ja! Ja! Hinter dir! Die Blau gewinnt. Der Mate hat sich vor... Der Mate hat sich... Der Mate ist vor uns zugesprungen. Der Mate hat sich vor uns zugesprungen. Nein! Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Du hättest eigentlich meine Perspektive haben. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Bringen wir. Ha! Die Blau geht in Wurruf. Oh. Nice! Perfekt. Nichts ist entschieden. Hallo. Werf mich doch. Werf mich doch. Werf mich doch. Äh. Okay. Der Gegner ist grad. Der Gegner wurde grad weggeliebt. Team Gold geht in Führung. Nichts ist erschienen. Ich hab den Ball. Ich hab doch L2 gedrückt. Nee, lieber schmeiß das Kim den Ball. Oh, ein Mondball nehme ich. Was ist das für ein scheiß Kristall? Hä? Da war ein niederer Kristall. Der ist auch nicht zugegangen. Er hat ihn ja kruieren lassen. Das haben auch die Gegner. Dieser niederne Kristall. Wenn du den siehst, musst du ganz schnell weg. Weil dann ist das nämlich diese Explosionskugel, die wir immer machen. Das zeigt dir quasi an, wo der Gegner gerade ist. Ja. Ja. Team Blau geht in Führung. Achso, okay. Ich werde von mehreren wieder angegriffen. Nice. Perfekt Junge, wir nehmen auf. Die erste Runde, wir verlieren. Na gut, wir haben jetzt 10 Matches. Ich bin da nicht mehr gewohnt von daher. Der Gehenzutritt auf mich. Ich finnisch noch einen. Ich bin auch gerade vor und zugesprungen. Hoheri! Oh, hallo. Ich hab den geblockt, Freddy. Ich hab den geblockt, Freddy. Freddy! Ja. Oh. Was machst du?! Jetzt ist hier Freddy! Geh weg da, Mate! Nächstes... Machen... Machen Dings mal einen Curveball nach oben. Oh, wir haben es geschafft. Du hast ihn geholt. Ja! Juhl! Ich weiß, wie ich meine Pelle zugrafen habe. Ich spiel immer mit denen. I'm always playing with the balls. Komm hier, Junge. Komm zu Papa. Hä? Hör auf! Erst mal. Schön. Hör auf- Hallo, Mate! Team Gold geht in Führung! Komm zu Papa. Wo sind die denn jetzt? Auff meck! Ich weiß, wo die sind! Ich finde dieses Wegfliegen sieht immer am besten aus. Nach dem Mondfall, wenn ich da ein K.O. kriege ich einfach einfach in der Luft rumreie. Freddy, ich komme zu dir. Brauchst du nicht, hab ihn. Alter, er wollte sich ja komplett haben, Alter. Die tödlichste Waffe bin ich. Boah, ich dachte, der Zug wäre noch hier oben. Freddy ist ja, der die Waffe führt. Ich bin die tödlichste Waffe. Ich bin meistens der MVP und Nexus ist die tödlichste Waffe. Ich habe einen Ball in den Rücken bekommen. Ich catche Ball, er macht mir Schaden. Der Mate hat dich. Pass zu mir! Nein, hat er nicht. Los! Weißt du, wo die sind? Ja. Nichts ist entschieden. Fuck! Bruh! Sie gehen sich. Warum haben die alle drei Bälle? Hey Freddy, hättest du mich gesikoniert später, ihr schnellsten Tatsache? Ich hättest mich einfach noch ein bisschen festgehalten. Ich weiß, ich hab gesagt, du kannst mich werfen. Aber dann hättest du mich so richtig perfekt sagen können, ich hätt die Schiffe gehabt. Also die sind jetzt alle auf 1 HP. Nichts ist entschieden. Triple K.O. Ich hab noch einen. Wo ist dein Mondball da? Freddy, hinter dir! Nein, nicht! Team Gold braucht nur einen Punkt um das Spiel zu erinnern. Das war Tech Team, Alter. Das war Teamwork vom Feinsten. Natürlich bin ich MVP. Guck mal, wie wir, wie ich und der Mate da an der Seite stehen. So richtig wie Bodyguards. Dafür ist der Boss. Leute, ich will noch dazu sagen, das Game ist für die ersten 25 Straßen Rangstufen quasi kostenlos. Ein EA, by the way Leute, das ist ein EA Game. Klar, es ist kostenlos. Und nach 25 Leveln müsst ihr euch dann quasi entscheiden, ob ihr die Deluxe Version oder die andere Version kaufen wollt. Die normale Version kostet 20 Euro, die andere 30. Ja. Freddy? Mhm. Ich sehe top aus. Nice. Lass uns noch kurz zurück zum Hauptmenü. Stopf mich einfach. Wo bist du denn? Äh. Lol. Das sah so episch aus und dann lieber Scheiße. Das sah ich nicht auf. Ich schaff es nicht auf. Ich schaff es nicht auf. Das sah ich nicht auf, du bist aber. Nein. Nein. Warte mal. Alter, warte mal. Ja, hier, wir können euch die Bälle präsentieren. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hallo? So, jetzt kannst du gehen mit dem Dummy abfeifen? Das ist der Mondball. So, guck mal hier, das ist ein Multiball. Was machst du da? Mit Multiball habt ihr halt drei Bälle. Und der Dummy ist zu krank empfangen. Digga dieser. Nein! 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 Warum kannst du so gut vergreifen? Ja, auf einmal kann ich das, ne? Aua! Tschüss! Ja, wir sind sehr verletzt, wiedergeschlagen und ausgenommen. Ja, wir sind sehr verletzt und wiedergeschlagen. Lexus ist ziemlich offen ins Loch geflogen. Ach, nö. Wieso immer auf der Map? Immer das, immer das gleiche, Junge. Alter! Hey, Nia Medusa, alter. Checker hier. Ah, da hat einer die Deluxe Sachen an. Die Goldjacke da ist die Deluxe. Nein. Du hast keinen Deluxe Emote. Du hast einen Auto. Ready! Neues Eingang. Neues Eingang. Neues Eingang. Team Gold steht in Führung. Doppel K.O. Oh, ich habe einen Snifer-Ball gefangen. Jetzt! Was? Ja, last second goal. Nice, ich fick auch alle anderen mit meinem langsamen Ball. Ja, du können 90 mal am Deutschen für den Wund. Ja, im Deutschen Anteil. Ich hab auch gerutscht Hilfe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Parts von dem Game haben. Ob ihr mehr Parts von dem Game haben wollt, ob ihr euch doch Spaß macht, zuzugucken. Und ob ihr euch vielleicht selber holen würdet. Weil, vielleicht kann man dann ja mal so Parts machen, wo wir mit Zuschauern zusammenspielen. Wir machen ja ein Turnier, Alter. Welcher Zuschauer ist der Beste? Nö. Wir machen einfach, du und ich ein Team Captain. Wir machen einfach so, wer dann das, wenn es ein Team dann im Endeffekt gewinnt, dem donate ich, dem gebe ich nur 20 Euro Forte. Das ist nur bei was. Aber jetzt wird die Einhütung von den Weg zu sehen. Nehmen wir mal. Ich hab ihn nicht nur noch verletzt. Wir müssen aber noch einnieren Weg direkt. Wir müssen uns vollkommen. Wir müssen uns vollkommen. Ja, wir müssen uns vollkommen. Nice. Meinst du da vorbei? Ich bin tot. Alter, du sollst nicht mich ins Loch hauen, du sollst ein Gegner ins Loch hauen. Ja, wir hier. Alter, die Runde ging ja mal grad mega locker durch. Die Runde haben wir ja mal richtig locker durch gefloppt. Die ging ja mal easy schnell. Freddy? Ja? Ball. Du. Ich? Okay. Ja. Runde 2. Hass mich. Hass mich. Nexos. Weißt du? Nein. Weißt du? Ich weiß halt. Weißt du? Sonst mach ich immer außersehen den Gleiter auf. Wenn ich den dann absichtlich auch machen würd, das Game so müh. Das ging so schnell. Ich hab's mich. Ich hab's mich. Ich hab's mich. Ich hab's mich. das war der eine alter der arme ich hab Kuh gefangen ich hab nur Erfolg gekriegt, ich hab den Zweifel mal fangen ein Feuer aufgeladen Team Gold geht in Thüringen Nein die hat mich gekillt, was ein Huren wird die hat mich gekillt, was ein Huren wird die hat mich gekillt Nexus, du hast mich gepickt ich wollte den Ball fangen und er kommt in mich rein, alter Schenk ihm ein Freakill Perfekt Ich kann das Kame doch nicht, Mann Und Freddy, hier und nehm mich jetzt bei Nein, was mehlt Alter, Vater, Junge, gerade diese Gamezüge von mir Alter, was hat denn er? Schau Perfekt, Mann Danke, Mann Danke, Mann Ach, das ist so ein schöner Kill gewesen Ach, das ist so ein schöner Kill gewesen Ich hab einfach nur random geworfen, weil tausende Bälle bei mir sind und mehrere Gegner Hier Hier Jawoll Geht doch Total Gege Total Gege Total Gege Oh, jetzt heulen sie alle Yo, das ist er denn Ja, er ist Crocodile Dandy, Gott war das, ich brauch 20x20 xp, Geht dich erschießen bitte, sofort. Ja, also, na Leute, wenn es euch gefallen, lasst ein Liken, Abo und Daumen, Aktivität, schicke auf alle meine Nachrichten, bis zum nächsten Mal, tschau, tschau, Leute!